moin leute wir machen ein bisschen weiter mit unseren quests für die ranger nächste war der hoffnungsträger begibt sich zum orbit von pulvo wo wir direkt dahin können den valo waren wir noch nicht fliegen wir mal dahin wir mal an und dann schauen wir mal weiter zack einsteigen sprich mit niacalu runter du siehst nicht so gut aus ich bin auch mit den ranger ich bin ranger ich bin neu marke zeigen der marschall schickt mich ich brauche deine hilfe na ja es ist ein hübsches schiff aber nein ich bin nicht hier um es zu stehlen wo ich kann ja nicht widerstehen mal sehen ob ich dich wieder in die luft bringe wir müssen dich zu einem arzt schaffen was will ich tun sind die gesetzlose noch in der nähe kommt was soll ich tun mal sehen ob ich dich wieder in die luft bringe ok wird gemacht mal sehen wir doch mal was wir hier machen müssen gehen wir erstmal hier lang und prüfen einfach dran ziehen. Easy. Ich kann weiter unten zu sein. Da hinten ist ein Schalter. Und dann müssen wir hoch. Und dann haben wir hier noch einen Schalter. Danke. Das sollte mich nach Hause bringen. Um die Gesetzlosen muss man sich trotzdem noch kümmern. Dann nimm nächstes Mal Verstärkung mit. Na. Ja. Sag mal einfach, wohin sie unterwegs waren, dann kümmere ich mich darum. Ah. Ich bin nicht gekommen, um gegen Gesetzlose zu kämpfen. Was kannst du mir über die Schiffe sagen? Na. Sag mir, wo denen sind. Jo. Auf geht's. Geht was drin? Was ist unsere Sachen, wenn die Worte hin darf? Ohne dass es Ärger gibt. Äh. 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 Graxel, kraxel, kraxel, kraxel. Ab das Cockpit. Abdopkeln. Und. Auf geht's. Ähm. Ähm. Babam. Da gibt dich. Ach. Miata. Wo ist denn Miata? Da ist Miata. Wir haben natürlich auch ein perfektes Schiff, um gegen Gesetzlose zu kämpfen. Ein Laser, eine Ballistik und Racht. Mehr nicht. Geh. Nehmen wir uns erstmal hinter den ersten. Geh. Nehmen wir uns hinter den zweiten. Der Ram ist unfair, das gilt nicht. Abhauen auch. Nehmen wir uns hinter den sturdy. Und, tschüss. Da überhaupt nicht. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das ist ein Gestalt an den hier ran. Das nehmen wir mit. Ein paar Polvo. Willkommen in Freestar Space. Wir werden einen kurzen Scan für Kontraband machen. Du kannst auf deinen Weg sein. Dann scannt mich. Zack. Landen. Zack. 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 Was hast du? Alles klar, Adela. Ein tiefes Wachstum. Oh Gott. Nun, du wolltest mit mir reden. Dann rede. Du siehst nichts aus, als würde dir alles gut laufen. Zack. Aha. Sag mir, was los ist. Ich bin auch Käpt'n. Wir Captains müssen zusammenhalten. Im Moment bin ich ziemlich beschäftigt für eine kleine Entschädigung. Sag mir, was los ist. Am Anfang? Das sehen wir andauernd. Etwas ist schief gegangen? Nee, bei mir gibt's sowas nicht. Nie. Viele Leute benutzen Leute wie uns nur und scheren sich kein bisschen um uns. Ich betrachte solche Momente gern als Chance. Nee, so ist noch nie passiert. Was ist hier? Ja, ich äh... Es ist schlecht für mich. Also, ich habe gerade eine Bezeichnung für die Markhabe. Die erste Bezeichnung? Schlagstil. Nothing special. Als ich die Neon und habe mich gesperrt, Dinge wurden verrückt. Spacers, Freestar Security, die Arbeit. Das ist ja schrecklich. Was hat das ganze mit mir zu tun? Wie... Was hast du dann eigentlich transportiert? Das ist ja echt schrecklich. Ich denke, das ist noch schlimmer. Der Tracker hat gerade gesperrt und ich weiß, dass er eine Bezeichnung ist. Ich. Aber der Trick ist... Jeder kennt das Schiff. Aber meine Info ist noch nicht in der Database. Alles, was sie bekommen, ist mein letzter Name. Fahim. Also, wenn du in die Pit-Stopp und sagst, dass du Kapitän Fahim des Markhabe, vielleicht... du kannst mit dem Tracker? Ähm. Was soll ich mit dem Tracker machen? Ich weiß nicht. Ich will niemanden, zu verhörten. Aber er kann dir keine Wahl geben. Oh. Hier kommt es, dass sie nur wissen, wie du heißt. Die Firma ist... ...ja... ...ein echtes Trainwreck. Ich bin überrascht, dass sie sogar mein letzte Name auf dem Fall haben. Für immer, arbeiten für so einen Dumpf ist ein gutes Ding. Dann bin ich wohl Kapitän Fahim. Du bist der Beste. Diese Slate hat alles, was sie über mich kennen. Es ist nicht viel. Er ist derjenige mit dem Kaubebeut. Bleib sicher. Danke. Ich schaue mal die Slate an. Supergalactic Import-Export-Schiff-Scannung. Markup-Captain. Blablabla. Verheben. Landungsverzeichnis. 400 Tonnen Stahlschlacke. Neon-Zielhafen ausstehend. Ausnahme. Erlassgebühr vollständig bezahlt. Provisorische Genehmigungen erteilt. Schnellinspektion bestanden. Eine 30-Täger-Ausnahme wurde von der Neon-Hafen-Verwaltung erteilt. Vorbehaltlich der lückenlosen Registrierung von Captain. Unbekannt. Verheben. Wohnhaft im Hotel Voli 1309 B Neon. Aha. Ah. Weiß noch nicht, was ich von dir halten soll. Äh... Eigentlich... Ich finde den Trecker der Captain Vahimi ab. Ist das hier? Oder ist das woanders? Ja. Ist hier auf dem Planeten. Ups. Zu viel. Gehen wir doch einfach mal im Pitstop gucken. Und speichern wir das einmal schnell ab. Ach. 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 Käpt'n Vahim. Schön dich kennenzulernen. Den Drink nehme ich gerne. Ach. 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 Gerwie kann ich mich hier an unteren Stelle erschießen. Ach. Nennocken sind wir trotzdem verstehe. Warum? Äh, something don't sit right with me. Not sure what. Äh. Verzeugen. Adela und Kopfgeld passen einfach nicht zusammen. Irgendwas stimmt da nicht. Lassen. Au. Okay. Das hat nicht geklappt. Hätte ja sein können, dass wir uns das dann nochmal die Überredungsdinge nochmal machen können. Haben wir auch zufälligerweise irgendwas zum Überreden dabei. Nachladetempo. Hilfe. Schadensresistence, Regeneration. Oh, oh. Impfen sie die Ölfer? Ne. Brauchen wir auch nicht. Was ist da zum Forschen? 25% über Zeugenschance für 10 Minuten. Hello. Wer kommt, wo ist denn mal rein? Feichern. Gehen. Ah, komm her. Wahim. Du hast mich erwischt, das überrascht mich. Überzeugt. Du siehst doch wie ein Mann von Ehre aus. Du würdest keine Unschuldigen töten. Tief in deinem Inneren willst du doch auch das Richtige tun, mich zu töten. Das ist das Gegenteil davon. Alle sind hinter dieser Lieferung her. Wer auch immer dich angeheuert hat, lügt. Bäm. Danke für den Bad, aber ich brauche deine Hilfe nicht. Ich habe die Fracht halt abgeworfen. In Wahrheit heiße ich Toto und ich habe die Fracht nicht. Okay. Dann gehen wir mal wieder zurück zu unserer Captain Verheben. Warum hast du nicht erwartet? Ich habe den Tracker beredet, dich nicht weiter zu verfolgen. Hast du mir noch was zu erzählen? Ich glaube, jetzt kommt eine Belohnung. Du hast Glück, dass der Tracker ein netter Kerl war. Sie werden andere schicken. Was hast du jetzt vor? Das war eine interessante Nebenquest. Gehen wir weiter unsere Ranger-Quest machen. Hallo. 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 Sie haben sich ordentlich gewährt, aber es hat nicht gereicht. Ich habe Glück, dass ich noch lebe. Das Wichtigste zuerst. Wie geht es dir? Sie haben sich ordentlich gewehrt, aber es hat nicht gereicht. Na ja, gehen wir zu hoch. So, wieder geil, dafür ist sie zu langsam, dafür ist sie zu schnell. Ja. Okay, Respekt an den Big Boss, alles klar, kriegen wir hin. All the way up. Okay. 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 Ich habe gerade eine Beweise bekommen, dass der Stolen Schiff auf Neon ist, kurz nach dem Fecht. Ein Verbrecher zu Ende. Na gut, Deputy. Sieht so, dass du nach Neon gehst. Das bedeutet, dass ich zurückkehren kann. Remember, was wir diskutiert haben. Meine Leute sind auf dich beteiligt. Bis zum nächsten Mal.